Die Italiener ganz in blau. Sie alle werden verteidigen bis auf die Nummer 9. Sehr wendigen Ball. Der linksaußen Betega. Anastasi, der sich immer wieder lösen kann von Berti Fuchs. Vorteil. Dino Soff richtig postiert. Betega. Der ersehnte Führungstor für den deutschen Meister. Anastasi. Fuchs. Fuchs. Die Gladbacher greifen sofort an, wenn ein Gegner den Ball. Betega gegen Schäffer. Die Sprechchöre, verehrte Zuschauer, können Sie hören. Zugabe. Vielleicht erleben wir vor der Halbzeit noch ein Tor. Die Schlussphase der ersten Halbzeit natürlich schmuckloser, weil der deutsche Meister vor allem darauf bedacht ist, den Vorsprung. Altafini gegen Bonhoeff. Bittega, der da den Ball gegen den jungen Schäffer verlor. Jensen. Am Ball unerhört stark gegen Morini. Simonsen. Die Kopfballvorlage. Wie vorhin. Wie vorhin. Bittega. 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 Gittega. Die letzte Minute der regulären Spielzeit. Bettega, Anastasi.